So Freunde, weiter geht's. Ja, ihr seht mich an einem ganz anderen Ort und das hat auch einen Zweck gehabt. Ich habe von hier an, ja von hier kann man es noch sehen, hier die Wolken eigentlich weggemacht und ich bin auf nichts gestoßen. Ich habe gesammelt, ja, aber und jetzt kommen wir hier an den Platz, wo ich, ja, jetzt werden wir hier unten lang gehen. Auf jeden Fall, es hat sich einiges, viele Zeugs gesammelt, ja, Fälle und, ja, einiges auf jeden Fall. Aber sobald ich hier sowas sehe und alles Mögliche, werde ich euch natürlich zuschalten halt. Moment, da kann ich nicht Nein sagen. Genau, kommt Herr und kämpft. Hoffentlich finde ich das Ding in gleich, ja. Ja, ja, ist ja gut. Aha. Boah, das Blutsprit. Einem Leben nicht. Moment, jetzt muss ich nur noch den... Ja. Ich hoffe, ich finde den jetzt. Ja. Wir haben mit einem hier gekämpft und haben den geschlachtet. Halt! Nein. Wo ist der? Deswegen habe ich das gemacht. Oh man, scheint... ...habe ich... ...oder hat sie aufgelöst. Ja, kann natürlich auch sein. Na gut. Das ist Pech. So, wo ist der Fuchs, den Fuchs muss ich jetzt finden. Irgendwo links höre ich den. Jetzt halt. Jetzt sind Vorräte. Ah, ist er. Na ja. Rechts jetzt von mir. Da ist er. Gut. Los geht's. Äh, da. Hat sich denn beinahe wieder verloren. Ja. Nicht den fucking Nebel, ey. Ja, ich weiß... Ich werde das wahrscheinlich auch so halten, dass ich die Wolken dann freimache. Und sobald ich auf das Stoße, seid ihr sofort dabei. Weil das ist schon... Na ja. Ich meine, wenn nicht hier eine halbe Stunde durch die Gegend drin und nichts passiert, das ist dann schon, äh... Ja, eine krasse Nummer. Ja. Obwohl das mit zum Spiel gehört. Aber da sehe ich selber ein... Na, das muss nicht sein. Ey. Äh. Ich wollte gerade sagen, bleib hier, mein Kleiner. Aber sowas schon. Ja, der freut sich gegen den Schneekönig. Guck dir da ran. Ey, ist doch hammermäßig. Ja, absolut. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Was haben wir denn da? Moment. Nicht, dass ich da jetzt... Doch, da. Ja, das wird das sein. Uh. Ja, das ist... Musste ich auch üben, damit ich nicht sterbe, ja. Das ist also gar nicht... Ohne, wenn man da runter springt, brauchst du noch einmal kurz... Wasserrausch. Oh, 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 oh. Wer geht? Der sieht keine mehr. Hier ist eigentlich nichts. Ey, ich meine jetzt hier so. So. Jetzt kann das natürlich auch ein Gebiet sein. Da soll... Boah, guckt euch. Du bist an verfolgenen Ort angekommen. Boah, guckt euch. Das ist ein Töter, ein Gegner aus der Deckung einer Rauchbombe. Aus der Deckung einer Rauchbombe. Na ja, dann versuchen wir das mal. Wie viel sind denn hier? Eigentlich nicht so viel. Nee. Das ist ein Töter, Erledigt. Das war's, mein Freund. Ich hab keine Ahnung, mit wem ihr euch hier handelt. Ja, da kommst du blöd, ne? Wo sind die Dinge jetzt? Feigenschweine. So, jetzt muss ich nur noch... Ai, 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 ai So kannst du mal kommen. Du kriegst mal eine Haftbombe. Die tut jedem gut. Boah, yeah. Na ja, gut. Alter, alter, der lebt ja noch die Sau. Aber jetzt nicht mehr. Mondkampfaltung. Ja, das ist die letzte. Legende erhöht. Geil. Mach mal weg. Nein, du musst wieder rausholen. Da ist... Moment, ich will mal irgendwas gucken. Nein, wir heilen uns mal eben. Nochmal heilen. Weil da kriegen wir ein, ein Viertel. Und eine Rauchbombe. Raub dir fällt. Alles, was ich brauche. Ist das nicht ehrlich? Guckt euch das an. Und hier liegt genug drin, was ich nicht habe. Ja, dafür kann ich jetzt Insellager. Aber hier draußen liegt noch was rum. Oh, bitteschön. Munition auf Eisen. Alter, alles, was man nennt. Das ist das Herz begehrt. Und? Nein. Halt, warte mal. Nee, da kann ich nicht sehen. Uh, ja, so Lager sind... Ach nee, da hätte ich reingekonnt. Doch, aber jetzt im Meer. Nö. Ist jetzt kein Thema mehr. Mein absolut nicht. Eisen. Oh, hier sind schöne Sachen. Und das Messerkönig. Gebrauchen. Mal, ob hier außen Artefakt denkt. Da haben wir doch. Nein, 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 nein. So. Ähm, Moment. Ich muss mal eben gucken. Dolch? Nein, nein. Auch nicht. Kriegshorn? Nee. Was war das denn jetzt? Jetzt habe ich... Mongolenpläne. Mongolische Anführer entwerfen detaillierte Pläne, um feindliche Gebiete zu infiltrieren und sich mit den dortigen Verteidigungsanlagen, Straßeneckern, der Wasserversorgung und vielen mehr vertraut zu machen. Sie schicken auch Spione, um Umstimmigkeiten zwischen den gegnerischen Kriegsherren und Anführern zu fördern und setzen Propaganda ein, um die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die Mongolen die Retter der Armen sind. Ja, nee, ist klar. Auf jeden Fall. Ähm, Sammlung. Ja, Moment. Sekunde. Zirpende. Nein, 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 nein. Achso, das habe ich in der Tasche. Aktivitäten. Nein, alles gut. Alles roger. Da haben wir noch Vorräte. Aua, Haftbomben. Stimmt ja. Ja, die Sachen werden immer, immer, immer größer. Die wir sammeln müssen und erweitern müssen. Haben wir hier noch was? Nein, Munition nicht. Sonst ist nix. Gar nix. Ein bisschen mager für so ein Lager hier, muss ich mal sagen. Jawoll, das ist voll. Komm, jetzt machen wir noch mal ein. Das ist das, wenn ich schnell mache und das ist nicht so prickelnd. Ich werde das auch so beibehalten mit, wenn ich da so eine Strecke laufe. Ja, das ist dann Quatsch. Gut. Worms die. Wow. Die Gegend ist mal richtig frei geworden. Ja. So, jetzt werden wir in diese Richtung gehen. Hm. Hinter mir. Ich werde jetzt laufen. Da könnte mich jetzt meinetwegen auch weiterhin verfluchen oder... Nein, ich werde jetzt weiter laufen. Ich weiß, was es macht, was es ist. Eisen war das. Ich dachte, Stahl. Alter, was hier noch so rumliegt. Ah. Ich werde jetzt hingehen. No. Ist nichts. Auch nicht. Also weiter. Nö, hier ist uns nix mehr. Hier haben sie die Toten abgedeckt. Ne, von da bin ich gekommen. Genau. Sekunde gehe ich auch richtig. Ja, absolut sogar. Haha. Ja, wir werden schön in der Wildnis rumlaufen. Weil, Aldi, Aldi, was mich einiges gekostet hat. Ja. Ich werde zwischendurch Sprints einlegen. Aber... Ich werde laufen. Hm. Ich habe nebenbei von mir nochmal den Spielstand angeguckt. Es ist nicht mehr allzu weit bis dahin, wo ich gespielt habe. Hm. Hm. Und... Das ist dann schon... Ja. Ein lecker Stück. So. Oh. Ein Vogel. Sehr gut. Dann folgen wir dem mal. Wer weiß, wo der mich hinfällt. Ich könnte mal wieder so eine heiße Quelle gebrauchen. Ja. Gesundheitserhöhung. Ah, da ist eine. Ja. Der rote Baum. Ich habe ihn gerade gesehen. Habe ich doch gerade gesehen. Ja. Habe ich. Da ist eine. Wunderbar. Wunderbar. Ach. Ich bin gerade noch von gesprochen. Ehrlich, ehrlich. Das weint sich sogar. Yes. Da hast du mal nackelig machen. Ja. Und dann sinnieren wir über mit. Na, über was denn? Den Kopf frei bekommen. Den Kopf frei bekommen. Hör auf zu grübeln, Jin. Ja. Hör doch wenigstens einmal auf zu grübeln. Ja. Mach ich. Absolut fantastisch. Na, sauber. Jetzt gehen wir nochmal kurz rum. Das haben wir. Lecker. Ich bin fast an meinem Punkt angekommen. Aber ich bin zwar nicht ganz sicher, aber wir werden mal in diese Richtung stiefeln. Hm. Da oben sehe ich schon wieder so ein vor. Ja, ganz da oben. Ganz oben. Und da haben wir sie doch schon wieder. Die Schlüpferstürmer. Oh. Ja. Nein, die werde ich mir anders greifen, Freunde. Ja. Nein. Drei Stück auf einmal. Zack. Grummstie. Und demnächst man bitte. So. Was ist das? Ein Schwerttyp. Ja. 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 Nein, 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 nein. Wo sind wir andere Schlüpferstürmer? Guck dir da die feige Sau da oben an. Guck dir die feige Sau an. Klar hole ich mir den. Dann kannst du einen drauf lassen, wenn ich mir den hole. Das wird eklig. Das wird eklig. Das sage ich euch. Au. Ja. Ja. Au. Der hat mir ganz schön an reingespirbelt. Ah ah. Halt. So. Der erste. Aua. Weg damit. Räte hast du? Und tu bestimmt auch. Nö. Tu weg. Tja. So ist es, wenn man durch die Gegend läuft. Jawoll, ja. Aber sowas von. Ja. Pfeile. Sehr gut. Und jetzt muss ich aber nochmal kurz. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch da sind. Ja. Keine Ahnung. Das sieht aber nicht danach aus. Nein. Nein. Ist ja jetzt auch nicht schlimm. Ähm. Wir werden. Oh. Guck mal. Was ist das denn hier? Strandlager. Ja. Ich würde sagen, wir gehen in diese Richtung. Ja. Ich sag doch, das Spiel hat mehr als nur, äh, 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 Hauptstory und und und. Und deswegen mag ich dieses Spiel auch so. Ohne Plugs jetzt, Leute. Das ist, ähm, wirklich wahr. Ja. Deswegen, weil unterwegs passiert. Oh, 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 oh. Wievoll sind denn das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Mensch. Da ist er, das ist das nämlich. Wer kommt da? Der stört nicht. Nein nein. Oh oh, Big Daddy kommt. Na gut. Hat nichts genützt. So, jetzt komm her großer. Oh, immer nur ein Schlag, das wird dauern. Na gut, ich habe gedacht, das wird dauern, aber ja mein Schläger, aber die sind exorbitant. Da. Ja. Äh, nein. Nicht da. Äh, hallo. Äh, da. Jetzt hat sich das Lager ehrlich aus den Augen verloren. Ja. Oh, mal rein. Ein bisschen werden sie ja wohl haben, ne? Also, äh, mit nichts habe ich jetzt nicht gerechnet. Nö. Alter, die haben wirklich nichts. Das sind für arme Suppen hier, ey. Kann ja wohl nicht wahr sein. Nee. Ist doch mal echt Scheibenkleister. So, lass mir auf die Karte gucken. In welche Richtung. Müssten nach links. Ja. Gut. Ähm, wir gehen auf jeden Fall weiter nach links. Das ist Faktum. Ja. Ja. Aldi-Waldi. Ich mir das vorgenommen habe. Und halt. Ich sag mal mit dem halt, das habe ich mir jetzt. Hey. Ja, ja, ist ja gut. Oh, da sind Lager. Hm, jetzt weiß ich nicht, was das für ein Lager ist, aber das könnte genau das Lager sein, was ich gemeint habe. Was nicht, wo ich nicht reinkomme. Das ist das viel, viel später. Maiko? Bambus-Stand. Ja, endlich mal wieder ein Bambus-Stand. Na, sauber. Na gut. Dann wollen wir mal sehen. Ach, die Schande. So. Naja. Ähm. Ähm. Äh, ja, ja. Äh, ja, 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 ja. Hä? Ist dir schlecht oder wird? kann ja wohl nie wahr sein ich verstehe nicht ehrlich ich verstehe wirklich nicht ja das war jetzt komisch oder der in der mitte blieb stehen na gut sekunde jawohl meine fressen herrlich doch herrlich deine entschlossenen dochung ich hatte vorhin nur gesagt ich könnte das oder das noch mal in bambus oder die ja auch herrlich das sage ich euch das ist so exzellent ja aber ihr guckt mir ins blau auge und ja wir haben uns gleich wieder